hallo und herzlich willkommen zur letzten folgen reihe cutiecraft wir legen heute noch gemeinsam den ender drachen ich erkläre warum sich das einfach nicht mehr lohnt hier und ich keinen bock mehr drauf hab das war schon die erklärung und dann machen wir weiter so der plan ist jetzt zuallererst erstmal hallo und den rest der da ist hier alle sehr hochmotiviert wir laufen jetzt erstmal zum richtung ender drachen ich habe schon einen lustigen weg gefunden kommt hier ist der nicht in eine andere richtung nein gibt es zwei festungen die laufen doch eigentlich jetzt eine ganze weile es gibt doch noch eine festung pro map und ich habe die hier hinten gefunden ja ja genau das passt schon dann ist ja gut so und während des weges kann der coolie beim erzählen was denn der grund für die letzte aufnahme session ist ich habe einfach keinen bock mehr auf minecraft das ist das ist der primitive grund folgen ende schluss das war es ist einfach ich habe das so lange gespielt und es gibt jetzt einfach nichts neues was mich irgendwie interessiert und es ist immer dasselbe also spielst du noch counter strike mit uns ja zum beispiel ja ich kann gerne mal eine runde counter strike mit euch spielen aber minecraft ich weiß ja nicht mit dem 1.9 oder welches das neue update das dann jetzt kommt das soll ja irgendwie pvp geändert werden dass man skillig sein muss und nicht mehr einfach einen besseren ping und am meisten klicken genau ja also vielleicht gibt es auch ein bisschen pvp minecraft gedöhnt aber jetzt so eine normale survival und wenn es soll das mal wieder machen wie wir schon mal gemacht haben so offenbar in der perlen ins gesicht beworben die habe ich schon dabei das war nur eine kleine hint dass sie benutzen kannst ja mal ach so zu wissen wo das ist ich hab ja den weg schon vorher ausgekundschaftet ja gut wenn wir schon mal dabei sind es wird nicht nur die ja prompt du bist genial ne wo hast du denn darauf gebaut bis da jetzt wird auch dass der ender dragon kampf wird verbessert das sei gut dass wir den jetzt machen wo er noch nicht verbessert wurde ja also genau bis die 1 9 kommt da dauert es noch einen monat oder so dann kannst du ja vorher nachher auch da war ja was nein du siehst das falsch das wird in einem monat hochgeladen das ist dann pop aktuell ich hätte doch gar nicht auf dass wir gern schuld haben oder so oder so ja keine was bilder gibt es auch dann in der 1 9 geil dann gibt es noch ein bisschen pvp minecraft wenn 1 9 cool ist äh anstatt bloggen kannst du halt dann ein schild nehmen aber du musst aber ich bin enttäuscht man kann nicht zwei schwerter in äh zwei schwerter benutzen das kommt bestimmt direkt mit dem update danach nee niemals ja wie willst du denn da schlagen einmal rechtsklick einmal linksklick oder was ja gleichzeitig wäre doch geil die zweite hand benutzt und dem du dann halt einfach das dark souls kampfsystem in minecraft integrieren und genauso starke bosse oder skyline bosse halt so nicht nur deswegen hab ich NPC nicht ausgegeben ich hab mpc geschrieben ja jens ich hab mich ja nur vertippt Warum brennst du jetzt? Jetzt alles gut. Ja und auch so ein Scootycraft lohnt sich halt nicht, weil ich bezahle für irgendwelche Premium-Dienste, damit ihr für, also theoretisch euch Premium mit... Okay, habe ich jetzt geworfen oder ist da hinten das Dings? Wo ist die Enderperle hin? Achso, ich habe mich hier nicht teleportiert. Wie benutze ich die Enderperle, damit ich weiß, wo es hingeht? Du brauchst Enderauge. Du brauchst Enderauge. Wie mache ich ein Enderauge aus der Enderperle? Mit einem Fireblade da rein. Habe ich nicht, alles klar. Oh Jens, hast du nicht genug Fireblades in deiner Tasche? Nein, sorry, ich bin leider nicht mehr im Game Mode. Hast du zufälligerweise noch einen Game Mode, den du anscheinend kannst? Ja, zufälligerweise ging das sogar. Und kann da zufälligerweise Enderauge ausmachen? Mach mal ganz zufällig. Geh mir doch zufällig mal so einen Weißpaule. Jens, du hast keine Rüstung da. Was wird's euch? Kommt das denn her? Wie ist das in meinem Inventar nicht gelandet? Komm, wieso brennt der Baum? Oh nein. Leute, hört sich jetzt mal auf. Die macht ein Feuer. Der zündet hier alles an. Ein Enderauge reicht, oder? Ne, nehmen wir mehr. Ja, brauchen wir die für's, brauchen wir Perlen oder Augen für's Auge machen? Augen. Okay. Enderperken ist mein Auge. Kannst gleich so 30 Stück machen. Ja, ich hab jetzt... 30 Stück, ja genau so. 12, 12. Da hinten müssen wir hin. Wo? Oh, das Hobbitdorf. Okay, wollen wir noch einen Abstecher beim Hobbitdorf machen? Ja, da ist's. Das ist aus dem Hobbitdorf. Ja, du bist ein Hobbitdorf. Wo ist das denn? Alter von Gochi. Ja, komm. Von Gochi, das Hobbitdorf. Nein? Ja, wo ist es denn? Ja, komm, hier. Jens. Wo ist es denn? Hier, voll... Hier, da, komm. Da. Jetzt doch komplett in die andere Richtung. Ja, da, da, das ist doch hier schon. Kann ich doch von dir aus schon sehen. Wo ist das Hobbitdorf? Ja, genau, hier. In die genau entgegengesetzte Richtung, die wir eigentlich müssen. Okay, alles klar. Deswegen, wir gucken uns jetzt erst mal ein Tor von. Ja, das machen wir. Ja, wie gesagt, Primendienste irgendwie so Bycraft, damit sich halt Leute Primen kaufen können. Das kostet alles Geld und dafür, dass ich's nicht nutze, lohnt sich's halt einfach nicht. Da bezahle ich Geld, dass ihr auf dem Server spielen könnt und so habe ich's dann auch nicht dicke. Deswegen machen wir das alles aus. Jens, save die Maps und wir gucken mal, ob er das dann irgendwann auf dem privaten Server laufen lässt und so. Oder ob du mal wieder Lust hast, dann später bei Minecraft zu spielen. Oder auch nicht. Ja, nix. Oder auch nicht. Und ja, bei Cootiecraft so als Projekt und dass ich das bezahle, wird's da nicht mehr geben. Und um das Gebühren zu beenden, machen wir jetzt noch den Enderdragon kaputt. In diesem wunderschönen Hobbitdorf, das keine richtigen Höhlen hat so richtig, sondern ein Baumhaus. Hobbitdorf mit Baumhaus ist ja lächerlich. Es gibt doch Hobbits, die in Bäumen leben. Und danach können wir ja noch den Widdler besiegen, Christian. Ja, mal gucken. So, jetzt hier in diese Richtung geht's. Aber gut, dass wir alle, die wir immer dabei haben, jetzt auch wieder dabei sind und nicht immer dabei sind. Nein, drei fehlen. Ende Augen, ja, das ist... Aber jetzt sind Leute verloren unterwegs. Wer bitteschön versteht da meine Mobbing-Kaktik nicht? Achso, jeder. Ähm, prompt. Wer hat da Feuer auf seinem Schwer? Ich glaube, er hat nur Feuer auf dem Bogen. Ne, noch nicht mal. Löff mal auf den Lava-Eimer. Yay. Aber sind wir grad wirklich die Falten in die falsche Richtung gegangen? Ja, das Dorf war halt in der exakt anderen Richtung. Das hab ich doch gesagt! Wo seid ihr eigentlich alle? Ne, der Eingang ist, glaube ich, hier hinten irgendwo. Kommt mal mir hinterher. Rechts an dem Wald entlang. An dem Wasser. Hä? Hier hinten. Da, wo das Loch im Berg ist. Da müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Ich lauf Jens hinterher, dem kann ich vertrauen. Jens 1, hier, ich bin da, ich bin da. Wo, was? Es ist Jens 1. Ja, wo Jens 1 ist, ist, aber ich bin da, wo das Loch ist. Hat er einen Wasser einmal? Ich lauf hier vorhin zufällig schon mal. Ja, wir gehen jetzt nicht in das Loch, das ihr gegraben habt. Hier ist noch eine Höhle und alles. Ach, easy, da kann man runterspringen. Ich hab da Wasser reingelassen. Ja, nein, hier hinten ist ein Eingang in der Höhle, wo es dann reingeht. Ich nehm den Wasser, ich nehme natürlich das Wasser einmal mit. Hier kommt man runter. Hier kommt man runter. Wo kann man sich was? Hier. Wo ich jetzt hier eine Stelle. Irgendwo hier war ein Eingang. Ich glaube, hier hinten in dem. Hier, ich hab den Eingang gefunden. Hier runter. Spielverderber. Ja. Ach, Gott, so viele Leute hier drin. Ich krieg Panik. Oh, ich würde jetzt so gerne Lava platzieren, aber tu ich nicht. Äh, du wirst gekickt, verbrannt und... Verbrannt wurde ich schon von jetzt. Ja, das hattest du auch verdient, bestimmt. Ey, Leute, warum macht ihr das Wasser hier nicht so heck? Äh, warte mal, warum laufen wir alle... Und warum hat keiner Fackeln dabei? Ja, ich hab noch Fackeln dabei. Wir laufen einfach alle mal Q-Tip nach, die ganzen Damen. Ja, genau, wir laufen alle Q-Tip nach, der euch irgendwie hinterherläuft. Und wir haben hier... Hä? Da geht's noch weiter. Runter. Da kommen wir doch gerade. Ja, eben. Wir kommen runter. Wobei, ist das nicht eigentlich ein großer Kreis? Was ist denn hier oben? Was ist hier oben? Genau. Lass mich durch, ich bin Zweck. Ich weiß, wie man... Gute Idee, wenn alle vorrennen. Nein, wer... Stau an folgenden Strecken. Klappt das mal. Na! Jan! Wir sind alle zu inkompetent, dieses Spiel zu spielen, also. Ich weiß nicht, wo ich bin. Zu viele Leute, Alter. Ja, jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, wurde das mit mir abgebaut, ey. Gegenauf! Gittergasse! Na! Oh mein Gott! War das denn? Oh ja, das ist ein Ender-Ender-Drag. Ähm, Kampfwerk. Wo ist der Ender-Bring? Geht weiter! Kann man noch, ähm, Privatnachrichten schreiben? Bestimmt. Kann man eben gucken. Hallo, der Server hat sich auch nicht verändert, Kurt. Äh, wenn, wie, nochmal, slash, B, oder? Slash, slash, B, N, oder? Slash, W, slash, T, slash, S, G. Ah, hier oben geht's weiter, ich hab's gefunden. Guck dir, was da ist. Au. Geh nochmal da weg. Halt jemand eine Spitzsacke dabei? Wer hat das Licht dahin geklaut? Kampfi. Kampfwerk, wieso sag ich Kampfi? Aber ich hab nur Lumme dabei. Will wer eine? Noch eine Sackgasse? Das gibt's noch nicht. Ich hab den Weg gefunden. Oh, noch eine Sackgasse. Wirf doch nochmal so ein Ende-Auge, Qtip. Oh, ich hab einen Schlucht gefunden. Einen Schlucht. Nee, eine Schlucht. Ja, da waren wir gerade eben schon dran vorbei. Qtip, Ende-Auge. Aber irgendeine Schlucht ging in die Dusche rein. Hey, Creeper, kuscheln! Warte, ich werf nochmal das Ende-Auge. Da hinten hin. Irgendeine Schlucht ging da rein. Aber ich glaub, wir sind noch zu hoch. Boah, Alter, was will der denn noch? Ich mach Licht. Was will der denn tun? Hier geht's runter. Hat sich da einer reingegraben, oder? Keine Ahnung. Sieht irgendwie nicht mehr. Ich geh vor. Doch, sieht irgendwie so aus, dass hier runtergegramm. Wie gesagt, ich hab das damals schon mal gefunden. Lass uns doch alle einfach mal in ein großes, dunkles Loch gehen. Es kann gut sein, dass das mein Weg ist. Ist doch eine super Idee. Wär doch schön, wenn das dein Weg ist. Ja, du kannst gerne nochmal ein Ende-Auge. Nee, hier, wir haben ein Strip-Mining gefunden. Ja, das war hier schon mal damals. Das hätte auch von mir sein können. Ja, ich hab das damals gefunden. Hast du hier gestript-mined? Ja, überall gestript-mined. Ja, zum Zufall hab ich das gefunden eigentlich. Wo sind wir denn jetzt? Wer hat nochmal ein Ende-Auge? Jo. Ja, wir müssen immer noch in die Richtung, ja? Oh, ganz schön. Nee, noch da. Ja, hier hoch oder nicht? Ja, ja, hier hoch, wo ich bin. Hat dann was in der Ouge? Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's da oben. Ah, ich hab's verlaufen. Muss ich an der Hochbuddeln? Und ich, der Schlaupte? Bauen wir mal eine Treppe. Ja, ist krass. Buddeln am besten, nein. Oder buddeln. Buddeln ist schöner. Grabe das Loch in der Ouge. Ja, danke, danke, Jan. Lässt mich hier aus. Geh mal nach links, gehen wir nach links. Schlenkst nach links nach links. Schlenkst nach links nach links. Schlenkst nach links nach links. Oh nein, ey. Oh, reicht doch. Der Zart ist ganz schön laut. Okay, Nuten und Leveln. Hier ist die Truhe. Es ist nichts drin. War da einer dran schon? Wie gesagt, ich war hier schon mal. Backe? Hat der, hat der. Hast du nicht zufällig den Eingang gefunden? Ja, da hab ich aber, ich weiß nicht mehr, wo der war. Oh mein. Keiner. Also das heißt, es gibt ihn. So, da haben wir alle gemutet. Wer ist gemutet? Ah, da, ich entmute euch wieder. So, damit ich spezielle Leute muten kann, wenn ich die Leute muten will. So, passt. Können wir da reden. Danke. Ich hab hier's gefunden. Ah ne, es war acta. Entschuldigung. Ich hab eine Treppe gefunden. Wie seid ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin hier irgendwo runtergesprungen und jetzt bin ich... Aua. Bin ich hier irgendwo... Ich hab's gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber hier ist es. Okay, wie ist es hier falsch, Kampzack? Wo sind wir hier ungefähr? Ich kann euch Koordinaten schicken, warte. Wir sehen doch euren Namen. Minus 860 11 96. Ich glaub wir haben dich sogar gefunden. Ja genau. Das ist schon an. Das ist auch noch. Hier komm ich. Und hier ist ne Endertruhe. Hey Silberfische. Irgendwo hab ich mich hier reingebaut. Silberfische in meinem Bett. Ist da jetzt grad schon einer reingefallen? Jens, ich... Ups. Help me. Jens, du bist auch hier. Okay. Hinein. Tränen. Tränen. Rausgeschmissen. Nein. Ah, nicht reintrinken. Wollen wir rein oder nicht? Ja, wir sind jetzt auf dem Mond. Hier ist überall Käse. Mh, Jens ist schon drinne. Kommt rein. Ich bin schon drinne. Alter, ja. Okay, alle rein. Das ist kein Käse. Weiß noch jemand, wie der Burstkampf funktioniert? Ich hab den ewig nicht mehr gemacht. Einfach die Hessling auf den Bedrock... Auf den Turm drauf kremmeln. Den Stein kaputt machen. Gemütlich hinsetzen und einfach mal einen Drachen töten. Kann man den nicht ein... Kann man die Teile nicht mit vollem Bogen treffen da oben? Ja, kanns mit... Nein. Das geht in den neuen Patch zumindest auch schon wieder nicht mehr. In den 1.9er Patch. Da brauchst du dich nicht hoch bauen. Scheiße, das ist der Teufel. Ähm... Hab ihn getroffen, ey. At first. Alter, der heilt sich doch wieder, oder? Ja, ja. Mach dir erstmal die ganzen Teile da kaputt. Hat jemand ne Spitzhacke für mich, die er nicht braucht? Hier. Okay, Jens. Hinter dir. Schieße nachher wieder. Ja, von mir aus. Wenn du den nochmal brauchen wirst. Wenn du danach nochmal auf den Server drauf bist. Okay, Moment. Na ne, warte. Na gut, ja. Ich hab 18 Dreckblöcke. Komme ich damit bis nach oben? Nee. Ist glaube ich ein bisschen höher. Du brauchst dich nicht mal hoch bauen. Schieß einfach nur ein paar Bogen ab. Ja, ich treff das Ding aber nicht. Weil ich scheiße bin. Ah, wir müssen den Pfeil und Bogen üben. Oh shit. Verdient. Okay. Wie ist der gestorben? Ja, wollte vom Zombie erschlagen. Alter, ich wurde grad... Ja, ist klar. Aber hier gibt's gar keine Zungen. Ja, hier sind doch gar keine Zungen. Mann, der ist gar nicht hier. Oh Gott, das Jan war schlauer als das jemand anderes war. Echt? Der Bogen hat so viel Streuung, ich treff das Ding da hinten nicht. Ja, das ist schon aus. Gute. Achso, wenn's brennt, ist es aus? Ja. Okay. Na super, das heißt ich bin hier komplett... Ist nur eins da oder was? Nein, scheiße, ich bin runtergefallen. Du bist tot. Gute, da ist nichts mehr. Du bist tot. Aber da ist doch noch ein Ring, das nicht brennt. Wir haben niemanden tot. Einer ist tot. Wir haben niemanden tot. Wir haben aber niemanden tot. Ja, alles aus. Ja, jetzt dürfen wir Ender Dragon töten. Wo ist denn der? Der fliegt tot. Lass doch noch mal ein bisschen Spaß machen und so ein... Wir haben Spaß machen uns gelaufen. Bei Merida können wir Spaß machen. Das wäre lust. Ding, der würde richtig Bock machen. Warum wurde ich denn zu Janeriko teleportiert? Die war doch hier. Was? Du hast mich zu Janeriko teleportiert. Upsi. Ich wollte einen Kampf dessen ganz zu peeren. Das ist aber egal. Ey, den mach ich mit's Schwert. Ne, viel Spaß. Einfach nicht genau auf mich zu. Komm her. Komm her, du bestie. Ich hab keine Lust mehr. So was. Egal, brauche ich. Ich bin auch so der ganze Träger. Krass, wie der totgepiste wird. Mach wirklich, Alter. Easy. Hol die Artilleriefeuer hier. Komm runter. Er schießt auf Feuerfall. Das ist voll unfair. Du olle Randmurmel. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Randmurmel. Comment me, Bro. Alte Zigarettenfackung. Das beste ist, was niemand trifft. Ja, der ist da viel zu hoch. Willst du ihn treffen? Ah, hochbauen. Mann, der ist so eine Mango, ey. Schmerz. Du bist hochbauen? Okay, mach ich. Ja, mach dich hoch und schärf. Wo ist er denn? Ich seh's nicht mehr mehr. Erst war schon, da ist er wieder. Ja, komm wieder. Ich hab getroffen. Ich auch. Komm runter, du feige Sau. Skyrim hat viel besser in Sachen. Fußroda. Fußroda. Ach, gut, alter Skyrim. Ja. Ist er wieder. Komm her, komm her. Ich dreh dir vor's Schienbein. Jens, hast du dich hochgebaut? Jens. Ich würd so lachen, wenn du da runterfällst und stirbst. Haben Drachen Schienbeine? Ja, das ist kein Kampfzeug passiert's. Ja, der Drache hat mich halt weggefestet. Ach so, das ist ja was. Ich hab's gesehen, ich hab genau neben dir gestorben. Ja, aber soweit kann ich an die Brache. Kann der Drache bitte Waller angreifen? Ich würd grad sagen, nicht so hochbauen. Wann eigentlich die Endermänner irgendwie... Ja, wenn du sagst, wären sie auch aggressiv. Nö. Oder wenn du sie schlägst. Also ich schieße die ganze Zeit welche mit Pfeil und Bogen. Da passiert nichts. Die teleportieren sich dann weg. Äh, wer steht da oben? Alter, ist das knapp gewesen gerade. Walle, hast du Godmode noch an? Nein! Ich krieg immer noch Schaden. Oh, kein freies Loot. Alter, du bist fies. Ein Enderman, das passiert eigentlich, wenn ich euch haue. Walle, hast du Godmode an? Nö, nö. Ich hab Federvall auf meinen Schuhen, das passt schon. Noch Schade. Ich hab mich grad schon über Spryloot gefreut. Ich auch. Jens trifft. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, ich hab bis dahin hingeschossen irgendwie. Auf jeden Fall ist er gleich tot schon. Kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Nö, nö. Nö, nö. Ja genau, der macht jetzt noch den Hex, der Hexmann. Willst du jetzt Jens runterschubsen, Simon? Ja, drückt da Jens runter. Der macht gleich Killer-Oren, der Drache. Vielleicht schaltet der in Hard-Mode, dann kommt der zweite Lebensbalken und dann brennt der. Ja. Wort ist egal. Und Speitfeuer und alles. Genau. Jens schreibt Flacke. Ja, was? Juhu! Last Hit! Ja, ich hab's ganz alleine gefahren. Feuerwerk! Juhu! Arschlägen, Volk! Wo ist das getroffen hier direkt? Wo ist das Ei? Das ist da oben. Das ist Ei-Clown. Äh... Hallo, der 3G. Aber... Sag mal Jens, dann... Woher hat das noch so'n Ding... Ei geklaut? Dahinten ist ein Ei. Da ist es. Geh weg, das ist meins. Mein Ei! Lass das Ei in Ruhe! Ehm mit ein Ei. Äh, was? Und hier reinspringen, dann kommt das... Hä? Das ist dann noch eins. Dann kommt Endscreen. Dann kommt Endscreen. Wenn du drauf drückst, dann limitiert sich's. Gut, die bleibt Minecraft. Ja, Entschuldigung. Ich spring jetzt hier rein. Bäm! Das ist ein scheiß Teil. Dass selbst auf dem Server die Credits dann kommen. So. Krass nur. Krass, ich bin wieder in meinem Bett aufgewacht. Das war alles nur ein Traum! Warte kurz. Ich baue das ab. Ja, im Endeffekt schon. Soll ich's abbauen? Ja, doch. Toll, ich bin im Dorf. Jan, hast du ne ähm Spitzhacke? Jan, ich muss ne Spitzhacke. Hui! Sei mal kurz ruhig. Ich mach Abmod. Jan, ich muss ne Spitzhacke. Das war's mit dem Ender Dragon. Wir machen dann in der nächsten Folge noch den Wither. Würde ich sagen. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal Schluss. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Tschüss. Ich geh dich in die Hose.